so herzlich willkommen zur nächsten zur zweiten episode von wenn wir jetzt den namen müssten wir gut mal das tempel glaube ich genau auf der plattform auf der nächsten plattform steht ein zombie und ich glaube den musst du mit dem bogen erwischen sonst also nicht hier machen wir miese kommen mit action es war voll kacke ich so auch gleich kommen dann kann man abbauen und dann zack zack und dann hab ich den zweiten schon abgebaut und dann kam der zombie natürlich nur ein abbauen können dann einfach den zombie hinterher aber also durch auch gott sich auch gott noch mehr zombies nein der adventure map mache der hat auch gar nicht irgendwie 70 da reingeklatscht nicht nicht guckst dir an nur heils na da da macht es echt spaß und das war immer naja also ich vorgehebe zu können sie hinten noch immer weiter die zehn Monate aus einer der musik aus der Leismann in den Hebel hinsetzen also müssen wir lang ja was soll das nur werden und ich bin schäscher 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 warum meint er mag er hat weiß an den versteht sind nicht das ist nicht oft auf eine Menge pass auf jetzt bleibt sie im im netz stecken soll hat sich dass man kann aber hier drüben das andere netz stecken und sich dann so vorne raus denkst ja versuchts ok 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 ja hat geklappt nein geht doch weg geht doch weg nein der zombie kommt hoch ich gehe jetzt nicht mehr drüber halleluja ich habe es gepackt was ist dein geheimraum 2 oh diamond sword knockback 1 du kannst gerne meinen also ich werde am unten nicht haben einen diamanten gefunden und hoch und Rutschland und niemand wie gesagt und ruhiger noch mehr verzaubern also das ist ein schlecht guck mal war level 1 durch verzaubern akkommat sie kommen auch rüber wenn er Arthropo ja so hast du schon eine spinne in den Rätsel gesehen das sei die einzig von 9 9 Nein! Ich fall immer runter, dann kann man mit den Zuschauern für die Zuschauer zu erklären, bleib einfach drüben. Hier sind ein paar ein paar Bookshelves mit zwei... Guck mal, hier drüben bin ich. Optifine Sniper-Camp? Ja, ernsthaft. Nein! Oh, bleib einfach drüben, du! Moment, ich will aber auch in Schanden. Ah, ja. Ja. Nein, das ist auch verboten. Das ist verboten! Illegal! Oh, komm! Illegal! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh... Oh, oh! Ich bin da! so, hier ist mal miese Enchanting Power also du kannst das Eisenschwert gerne haben das ich bisher hatte was hast du da drauf, Enchanted ja jetzt, äh, Arthropods also spinnen ja, mein Bogen hat Power One ok, ob wir wohl Enchanten dürfen egal, gut ja gut, dafür sind die doch da oh guck mal, ich hab's geschafft hier rüber zu laufen wow nein, 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 nein nein, nein, nein nein, 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 nein oh, ich lebe noch nein, 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 nein nein, nein, nein nein, nein, nein nein, 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 nein Riol, ja könntest du da runterkommen und meine Sachen einsammeln ich bin gerade unten ok, dann sammeln wir meine Sachen eins pass mal auf, ich mach jetzt F1 Mode und geh ins Inventar, weißt du und guck einfach die Wand an F1? ja ach was, ich bin nicht mehr F1 Mode doch bin ich so, ich guck jetzt einfach die Wand an ok ich frag mich, wie ich zurückkomm ach, ich muss ja raus ja weißt du, wenn ich die Wand an gucke und F1 drücke mhm dann kann man nicht sehen, was im Chat steht ach so I know what you did there ah, guck mal Mensch, in der schnellen Zusammenfassung habe ich es wirklich geschafft, hier hier kurz herzukommen oh, da unten sind wir uns gesammelt ja, holst du dir schnell hm, das ist jetzt auch na super ja klar, hier ist ein Steinschwert das ist Steinschwert und ich geb die Assistance von oben hier, ich schieß den komischen Bob da drüben auf den komischen Bob da drüben ich helfe dir ja, Hauptsache du stehst auf deiner, deiner Sicht und Leiter jetzt komm runter, ist kein Zombie mehr da hinter dir ja, Moment, mach du den, ich mach hier mal Licht da vorne in der Rüstung liegen deine Sachen ah, okay sag mal, ist das hier eigentlich auf 1,3? ja, ist das auf 1,3? da hätte uns auch einer mit so einem Diamond oder Goldhelm begegnen können ja, das, nee, ich dachte, das würde doch erst so 1,4 geändert, oder? das gibt schon 1,3, ich hab's schon getestet ah, okay und die kriegt man dann auch, wenn die so einen aufhaben? ja hast du ihn jetzt? Lever bekommen? ne hm weil da unten ist immer eine Leiter hoch ja, ja, wenn man da hier runterfällt aber da ist ja noch ein Redstone Touch da unten ist eine Kiste, Chunky wow alter, ist das ein mieses hast, warst du das? nein, das war der Zombie, der da oben gerade rumläuft telle du Zombie alter, ich seh nichts und die sind zwei oh, mein Eisenschwert ist kaputt ne, doch nicht sag mal, wie viel schlägst denn du? das waren 4 Insta-Damage ich bin wegen 4 Insta-Damage-Potions und hab jetzt nur noch einen Herd ey, ich geh mir jetzt jetzt mal so ein saftiges Porkchopf Grüße an Andy, Kilian und Dorn von Porkchop Media das machen wir wegwerben wow, nooo Cave Spider? ja, aber treibst du nicht? Cave Spider ach jo, ich guck auch die ja Moment, du bist die Kamera ach egal ach egal, komm schon äh, was muss ich eingeben? slash TP Chunky nein ey, ich geb schon Riol 2 ein nee, TP Chunky geht nicht das ist oder ich hab aber eben auch TP Riol gemacht Player cannot be found oi, das klappt so, wann geht das denn? so, wo legen meine, meine, meine Exkrimen vielleicht da unten warum springst du auch hier runter, wenn da vorne Wasser ist oder hier in der Leitung ich bin doch aufs Wasser gesprungen aber da ist dieses scheiß Cave Spider und die man überhaupt nicht hitten kann weil ich hab nur noch wieder drei Herzen mach da mal bitte eine Fackel vor von deren Spawner ach, die haben Spawner, scheiß doch und in der Truhe ist nichts drin ja, da waren die vier Insta-Damage-Dinger drin ach so ach Gott äh und nu? wieder hoch jetzt machen wir hier Breitness auf ein bisschen höher hat sich hier alles nichts gebracht, gerade äh Riol, das bedeutet, du bist für unseres gestorben die Hände versteckt getroffen komm, dass man einer was dafür gezahlt hätte kommt noch, kommt noch spätestens wenn wir äh, das PodCraft Premium Abo einführen kriegst du auch dein Geld dafür das wird's niemals geben oh Gott, warte, ist das bei dir oder ist das mein iPod, iPhone, iPod Junkie? ja, ich, die, fiete hier unten, gerade an paar Zombies ich höre bei mir immer im Hintergrund und ich glaube das täter ist ja, da hinten ist ein Portal oh, fuck, hier kommt ein Zombie runter halo, Zombie wo bist du? hä? ja, hier unten da und wir eben waren mit der Truhe und wenn man das Wasser hier nach hinten durchläuft ist da ein Netze-Untertschteil und da hinten äh, das ist eine Tür da unten, oder wie? Portalraum, ja fuck, noch ein Zombie alter, wo kommen die her, die dummen Viecher man, die könnten spawnen ja okay und wohl jetzt die Hinten aber dahinten ja Entschuldigung bei dem Wasser da wo wir gerade waren ich springe darunter bei der Hinten muss nur noch gleicher für die ganze 70.000 Monster tüten abkomm es aber mehr ich muss sie was auch auf meinem Weg zu tun macht auch nichts das über XP noch auf dem Weg das von mir übrig ist ich lefte den nervt der Wecker gerade irgendwie wie viele wie viele besondere um einen Dingsens glaube ich auch gerne zu kommen ach ja ein Scheiß als er hätte ich in der Mensch bekommen es geht auch weg hier nie ist im Kopf okay bereit zu Ende hast du die vergleichen gepackt an dieser Gruppe okay was haben wir dann haben im netter auf Peaceful spielen wenn die Spolen viel zu spielen wenn du wieder rauskommst wieder auf ihn sich stellen das heißt und schloss bieten er hätte ich habe schon ein Nied die Post noch zu tun wir werden jetzt nicht umstellen weil wir hier auf dem Server zocken und das für die Züder er gar nicht gar nicht gar nicht gar nicht gar nicht gar nicht die Fie cool die 08 Menschen der Bonnach die geile Arbeit er macht nicht alles das rein was die Leute schon ewig gerne mal hätten wie war das Dinderborn macht das alles ja das gibt es doch nicht ach doch es gibt mehrere Help Pages Help 2 Kick, Blah, Help 3 Say, Pardon, Seed Help 4 Time Set ich war mir sicher dass es das gibt ja komm dann lass es schnell ein das ist die Folge ja auch schon rum und dann machen wir einfach in der nächsten Folge auf Peaceful weiter ja wie sieht es aus zeitlich Folge so am Ende ne dürfte noch keine 10 Minuten sein wir können ja mal gucken wie es drin ausschaut doch 10 Minuten sind es bestimmt schon wir gehen ja mal rein schauen wie es ausschaut und dann können wir immer noch sagen und werden direkt mal von ein paar Viechern umgelöht ja solange du nichts angreifst dürfte nichts passieren ich bin jetzt gleich im Nähtarm oh Gott ich höre schon einen Gast eben die meine ich oh das ist so Zelda mäßig glaube ich gemacht guck mal zum Feuertempel des Maldur Maldworg hast du geraucht wow 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 Worte der das Portal ausgemacht nein doch nicht ey alles schein Kollege alles cool alles cool jetzt ist es aus Scheiße aber das ist jetzt auch also selbst wenn das Zurück Portal wäre ist es in Ordnung ich hab den Gast geteilt und es ist nicht aus ey der hat es eben wieder angeschossen 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 okay dann hoffen wir einfach mal dass wir Gas treu hier weiterkommen okay außer wir begegnen gleich Blazes oder sowas dann sollten wir vielleicht wirklich ja ich glaube kaum dass der in seiner Ruine so ein Blazes ach mal hier gibt es einen Aufweg oh Gott ich werde dich packen nicht sinnfrei rein zu gelaufen sinnfrei 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 ja ich finde ja die Nether Fortresses sind von innen etwas lame was ist das der Slava ne ach das sind diese Warzen oh komm schon fail in 3 2 1 wieder hoch okay ich auch alter oh fuck 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 ey du hast aber gar nicht gebrannt doch solche Feuerschaden kommen zumindest äh ist das ziemlich dein Ernst was denn du bist ja instant tot wie jetzt hier sind gerade ein paar Nether Bricks und zwischendrin ist Lava und seitlich an den Wänden auch überall und lass mich mal gucken geh mal raus weil es ist irgendwo eine Kiste dass wir unser Zeug storen können ähm und wenn du in der Schöster schaffst du das packe ich das packe ich Junkie da packt du mal schon schön schön für die Zuschauer und ich hab sie gepackt uh uh immer schön auf den Boden gucken immer schon oh da ist davon das Wasser jawoll ich hab was er gefunden okay ihr seid aber nicht in der Süße das hat er voll gebracht und du schaffst es fuck ich brenne ja komm zu mir da ist Wasser fuck es gibt kein Schlesien ja okay egal passt nein ich komm nicht zu dir ich hab aufgehört zu brennen was ist denn da hinten öpp schreib mal also da war erst ein kleines Wasserloch mit der Leiter damit man wieder rauskommt dann geht's weiter mit diesem aah okay ich bin tot scheiße und ich glaub dein Eil ist ja mit verbrannt ne jep hat sich so angehört Rhyol ich glaub die zweite Folge ist um jep die Seite die Seite Folge ist auch um die Seite die zweite Seite ist um komischer ah Mist Rhyol warum musst du auch in Flammen aufgehen ja so heißt es nämlich Rhyol went up in flames ja dim 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 und das war mein iPod way okay bis Lass den Kommentar und eine Bewertung da ob positiv oder nicht ich hab' einen coolen Spruch gehört und zwar wenn euch diese Art von Videos gefällt dann abonniert uns doch und zwar nicht weil wir abo geilen sondern weil wir es drauf haben wenn ihr uns abonniert ihr die nächsten Videos direkt wiedersehen könnt oder der Grund für abonniert uns der Spruch von Pogjob Media ist immer noch der geilste gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben bis zum nächsten Mal oder Pogjob war also ja alles klar bis zum Tage tschüss tschö